Hallo und herzlich willkommen im Kurzbereitzentrum zu einem weiteren Brustspezial. Mein Name ist Draxler René und ich bin plastischer Chirurg. Im heutigen Video geht es um die Frage, wie pflege ich meine Narbe nach der Operation. Eine Brustoperation, sei es eine Vergrößerung, eine Vergrößerung mit Straffungsoperation oder auch eine Verkleinerung, ist ein Eingriff, über den viele Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen nachdenken. Es betrifft Frauen, die eine sehr kleine Brust haben, Frauen, wo sich die Brust nach einer Schwangerschaft, zum Beispiel in einer Form, verändert hat oder auch Frauen, die eine sehr große Brust von Anfang an haben. Aber natürlich jede Brustoperation bringt auch unterschiedliche Narben mit sich. Und es ist sehr wichtig, schon in der Frühphase hier rechtzeitig zu beginnen, die Narbe zu pflegen, um das Ergebnis bzw. die neue Lebensvorräder nicht durch eine schlechte Narbenbildung zu trüben. Durch die richtige Operations- und Nahttechnik kann der Chirurg die Narbe möglichst gering halten. Das heißt, wir versuchen die Narbe so zu positionieren, dass sie möglichst unauffällig bis nicht sichtbar liegt und durch die richtige Nahttechnik die Wundspannung am Wundrand zu reduzieren, was eine sehr schöne Narbe nach sich zieht. Dennoch können auch bei sorgfältiger Nahttechnik Narben zurückbleiben. Daher ist es auch wichtig, dass der Patient seinen Teil dazu beiträgt, eine schöne Narbe zu bekommen. Am Ende der Operation werden die Wunden mit einem speziellen Pflaster, das auch wasserabweisend ist, versehen. Damit ist die Wunde gut geschützt und ihr könnt ab dem zweiten Tag tuschen. In der ersten Phase der Wundheilung ist es sehr wichtig, sich auch zu schonen, denn die Narben sollen nicht gedehnt werden. Das heißt, man sollte neben Sport auch auf Nikotin und auf ein Sonnenbad verzichten. Nach der Nahtentfernung zwei Wochen postoperativ bekommt ihr nochmals die gleichen Pflaster auf die Narben appliziert. Diese schützen die Narbe vor dem Reiben mit dem BH und stabilisieren auch die Wundränder. Diese könnt ihr dann nach weiteren zwei Wochen selbstständig entfernen und mit der Narbenpflege und Massage beginnen. Dafür bekommt ihr für uns ein spezielles Narben-Gel. Die Narbenpflege sollt ihr wirklich für die ersten Monate regelmäßig durchführen. Das kann am Anfang auch etwas schmerzhaft sein. Alternativ bzw. zusätzlich gibt es auch spezielle Silikonpflaster, die auf die Narbe geklebt werden können. Die Narbenreifung dauert ein bis zwei Jahre. In dieser Phase kann man die Narbe positiv beeinflussen. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung sowie ein intaktes Immunsystem ist nicht nur im Allgemeinen wichtig, sondern kann auch die Wundheilung speziell in der ersten Phase positiv beeinflussen. Das ist für euch auch von entscheidender Bedeutung, damit ein Jahr nach der Operation eine möglichst zarte Narbe für euch übrig bleibt. Ich hoffe, ich habe euch ein paar wertvolle Tipps zum Thema Brustoperationen geben können. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Oder abonniert unseren Channel.